Ich habe hier das neue Ventec RS Cover. Also wie der Name das schon sagt, VRS. V für Ventec. Das Material ist komplett wasserdicht, also perfekte Ergänzung zu den Evo Tech Schlafsäcken. Einfach drüber, man kann auch mal draußen schlafen, es hält richtig gut das Wasser ab. RS ist auch dasselbe Ripstop Material wie bei dem Ventec Schlafsack. Und auch genauso wie bei allen anderen Schlafsäcken haben wir wieder die Zahl da stehen. Also das Cover kommt in drei verschiedenen Größen. Nummer eins ist für die Compact liegen oder die R1 Camo liegen. Die zweier Variante ist dann für zum Beispiel die Flatliner liegen oder halt für die R2 liegen. Und die dreier Variante ist für die Flatliner King Size und die R3 Camo liegen. Die etwas breiter sind. Innen drin haben wir einen schönen Vlies. Also die Decke kann man auch an heißen Sommernächten benutzen. Die schmeißt man einfach mit dem Schlafsack drüber und deckt sich einfach nur damit zu. Festgemacht wird das Cover einmal mit einem Klettverschluss. Jede R Camo liegen hat unten drunter einen Klettverschluss. Einfach festmachen. Wenn man raus will, kann man es einfach los und weiter zum Drill. Auf der anderen Seite, wo man nicht aussteigt, kann man es mit Clips festmachen am Rahmen, wie hier. Man hat auf jeder Seite zwei Clips. So, diese Clips. Zusätzlich wird das Cover noch festgemacht mit einem Überzug am Fußteil festgemacht. Also man sieht hier schön, es ist nochmal mit einem Gummi fixiert. Das Cover hängt ein bisschen über, damit man auch im Sommer schön sich damit zudecken kann. Also das Ventec RS-Cover wird geliefert in einer Ventec Ripstop Tasche. Das Cover ist 2,24 Meter lang und 1,28 Meter breit und wiegt sage und schreibe nur 1,3 Kilo und ist so groß. Wollt ihr mehr Videos von Fox International sehen? Dann klickt den Link hier und um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unseren Kanal zu abonnieren, klickt den Link hier.